Die DHV News vom 7. Juni 2019. Auswirkungen der Europawahl. Nahles und Mordler weg. Modellprojekte und Entkriminalisierung abgelehnt. Herzlich willkommen bei den DHV News. Erstmal vorweg, wir haben wieder was zu feiern. Wir haben seit der letzten Sendung gleichzeitig die 100.000 Abonnentenmarke geknackt und die Marke von 10 Millionen Views auf diesem Kanal. Vielen Dank an euch alle dafür. Das ist ein starkes Statement für die Legalisierung von Cannabis. Das ist schon ganz schön viel für einen Kanal, der im Wesentlichen politischen Inhalt hat, im Wesentlichen nur zu einem Thema, zur Legalisierung von Cannabis und wenig Unterhaltungsanspruch hat. Game-Kanäle sind natürlich größer, aber als politischer Kanal ist das eine Wucht. Ich glaube, das ist mehr an Abonnenten, als alle Parteien im Bundestag zusammen haben. Kann man nicht so genau sagen, weil manche verbergen ihre Abozahlen, kann nicht besonders viel sein. Aber spätestens seit dem Wieso-Video dürfte wohl auch klar geworden sein, allen Parteien, welche Wucht YouTube entfalten kann und dass hier große Communities durchaus eine Bedeutung haben können, auch für politische Wahlerfolge. Also liebe Politiker, die das hier sehen, wir haben 100.000 Abonnenten, die durchaus daran interessiert sind, was ihr in Sachen Cannabis-Politik tut. Und dann kommen wir gleich zur Politik, zu den Auswirkungen der Europawahl nochmal. Letzte Woche sind die News ja ausgefallen, deshalb hier nochmal einiges dazu, weil auch viele Fragen dazu kamen. Was bedeutet denn jetzt die Europawahl für Cannabis, für die Legalisierung? Erstmal muss man sagen, die Europawahl an sich hat da keine allzu große Bedeutung. Es ist auch kein klarer Trend erkennbar bei den Wahlergebnissen für oder gegen Legalize-Parteien. Die Grünen haben zwar massiv gewonnen und CDU und SPD haben als verbotsorientierte Parteien deutlich verloren. Aber gleichzeitig haben zum Beispiel auch die Linken ein bisschen verloren, die AfD als Repressionspartei ein bisschen gewonnen. Unterm Strich tut sich da nicht arg viel im Wahlergebnis im Vergleich zu den vorherigen Prozentverteilungen. Und das Europaparlament hat auch nicht arg viel Einfluss auf die jeweilige nationale Cannabis-Politik. Es gibt Rahmenbedingungen, die aber auch nicht unbedingt zwingend sind, wie man jetzt wieder am Beispiel von Luxemburg sieht. Also das wird an sich jetzt keine großen Auswirkungen erstmal haben. Umso wichtiger nochmal der Hinweis, dass ihr euch bei den Parteien meldet. Kurze E-Mail, paar Zeilen. Ich habe euch gewählt, weil ich jetzt erwarte, dass ihr Cannabis legalisiert, weil ihr das im Programm stehen habt. Ich habe euch nicht gewählt, weil ihr gegen die Legalisierung seid. Und kleiner Seitenarm sozusagen dieses Themas. Das gilt besonders jetzt auch für Bremen. In Bremen stehen ja jetzt Koalitionsverhandlungen an und da kann es durchaus schon Auswirkungen haben, je nachdem, welche Koalition da zustande kommt und wie sich die einzelnen Parteien da verhalten. Also wenn ihr Bremer seid, schreibt den Bremer Parteien, was ihr jetzt von ihnen erwartet. Was allerdings eine gewisse Bedeutung hat und auch durch die Europawahl im Prinzip ausgelöst wurde, sind zwei Personalien. Einerseits ist unsere Drogenbeauftragte Marlene Mortler jetzt weg, mehr oder weniger jetzt. Sie geht ins Europaparlament, hat davon profitiert, dass auch die CSU einen Sitz mehr hat als vorher im Parlament. Den hat sie bekommen sozusagen. Zum 1. Juli wird sie ihr Amt antreten als Abgeordnete des Europaparlaments. Ob sie genau zu dem Zeitpunkt auch schon als Drogenbeauftragte zurücktritt, werden wir noch sehen. Es wird noch ein Nachfolger gesucht. Uns ist noch nicht bekannt, wer den Job übernehmen soll. Vielleicht macht sie den kommissarisch auch noch ein bisschen weiter. Aber wir können davon ausgehen, dass wir sehr bald eine andere Drogenbeauftragte haben. Da ist jetzt immer die große Frage, welche Auswirkungen wird das haben? Meiner Meinung nach keine großen, denn letztendlich entscheidet ja nicht die Drogenbeauftragte über die Drogenpolitik der Bundesregierung. Doch das ist ja umgekehrt. Die Bundesregierung hat eine drogenpolitische Agenda und die Drogenbeauftragte hat die zu vertreten. Also selbst wenn man jetzt einen Legalizer an der Front hätte, selbst wenn ich heute Drogenbeauftragter werden würde, würde das nicht zu einer Legalisierung führen, solange wir so eine große Koalition da sitzen haben, wo keine der beteiligten Parteien die Legalisierung will. Insofern waren wir mit Frau Mordlein nicht ganz gut bedient, weil sie das zumindest sehr unterhaltsam war bei dem Job, den sie da gemacht hat, die Verbotspolitik der Regierung zu vertreten. Mal sehen, wer da jetzt kommt, wer das jetzt macht. Es ist aber eher tatsächlich ein Wechsel in der Persönlichkeit, sag ich mal, mehr als in der Politik. Ein bisschen anders könnte das aussehen bei dem Rücktritt von Andrea Nahles, sowohl als Parteivorsitzender der SPD als auch als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag. Das ist ja auch eine Auswirkung der Europawahl letztendlich und des unterirdischen Ergebnisses der SPD, die sie da eingefahren haben bei der Wahl. Jetzt ist Nahles weg und warum hat das eine Bedeutung? Es ist ja so, dass die SPD dabei ist, sich eine neue Position zum Thema Cannabis zu erarbeiten, insbesondere auch in der Bundestagsfraktion. Da gibt es Fachleute, da gibt es einen drogenpolitischen Sprecher, da gibt es gesundheitspolitische Fachleute, rechtspolitische Fachleute und die haben sich alle schon geeinigt auf eine relativ fortschrittliche Position. Nicht gleich komplette Legalisierung, aber zumindest kommunale Modellprojekte zur Cannabisabgabe, Entkriminalisierung von Konsumenten steht alles in den Papieren drin. Aber es gab eben bisher keine Beschlussfassung der SPD-Fraktion als Ganzes. Das ist vom Fraktionsvorstand bisher verhindert worden. Da wird Frau Nahles einen großen Teil der Verantwortung dafür tragen. Sie ist sicherlich zum großen Teil dafür verantwortlich, dass die SPD keine Meinung hat zum Thema und dass deswegen eben auch nichts passiert ist in den letzten Jahren in Sachen Cannabispolitik. Und das könnte sich vielleicht jetzt ändern, wenn da jemand anders an der Fraktionsspitze ist, vielleicht da nochmal neu diskutiert wird, vielleicht auch die SPD kapiert hat, dass sie sich auch thematisch an manchen Stellen neu aufstellen muss. Könnte da vielleicht noch was passieren. Aber auch das ist bisher noch relativ unklar, wie das da weitergeht. Ganz abgesehen davon, dass natürlich der Rücktritt von Nahles und die ganze desolate Situation der SPD auch zu einem Bruch der großen Koalition führen könnte. Dann werden die Karten sowieso nochmal komplett neu gemischt mit einer Neuwahl. Da könnte es zum Beispiel gut sein, dass die Grünen dann an der Regierung beteiligt sind, in welcher Konstellation auch immer. Und dann wird auch diese ganze Cannabis-Frage nochmal neu diskutiert und verhandelt. Also da stehen jetzt auch uns als Legalizer relativ unklare Zeiten bevor. Mal sehen, was da kommt. Und das hat auch unmittelbar Einfluss aufs nächste Thema, führt hin zum nächsten Thema. Denn ich habe gerade vom Stillstand gesprochen, den die SPD da produziert hat. Und das macht sich fest an ein paar Themen, die seit langer Zeit im Bundestag liegen. Am längsten liegt unsere Petition vom Handverband von 2017. Die stärkste Petition des Jahres 2017. Unmittelbar nach der Bundestagswahl haben wir die gestartet. Und über die ist noch nicht entschieden worden. Und es gibt drei Oppositionsanträge von Linken, Grünen und FDP. Die wurden im Februar 2018 eingebracht. Zu all dem gab es im Juni 2018, also jetzt fast vor einem Jahr, Anhörungen im Bundestag. Und seitdem ist nichts passiert, weil es keine Meinung der SPD-Fraktion gibt. Dadurch auch keine Diskussion in der großen Koalition über das Thema und dadurch auch keine Abstimmung. Jetzt hat die FDP aber die Schnauze voll gehabt von der Warterei und hat ihren Antrag für Cannabis-Modellprojekte in den Kommunen nochmal zur Abstimmung gebracht, nochmal vorgelegt. Und es ist nicht vertagt worden. Die Linken sind dann aufgestiegen auf den Zug und haben auch gesagt, okay, dann wollen wir jetzt auch eine Abstimmung über unseren Antrag zur Entkriminalisierung der Cannabis-Konsumenten. Die Abstimmung haben sie bekommen, nicht vertagt worden. Beide Anträge sind abgelehnt worden im Gesundheitsausschuss. Das ist sicherlich enttäuschend. Vielleicht haben da auch die Kollegen von der FDP gedacht, naja, vielleicht geht ja jetzt was mit der SPD. Vielleicht bringen sie es nicht über sich, den Antrag abzulehnen. Aber die SPD-Vertreter haben das getan. Auch mit Hinweis darauf, dass es noch keine Einigung in der Koalition dazu gibt. Was aber ja auch klar ist, weil es gar keine Gespräche in der Koalition gegeben hat. Jedenfalls für uns nicht nachvollziehbar, weil eben die SPD-Fraktion gar keine Meinung hat, mit der sie zum Koalitionspartner gehen kann. Trotzdem war es für die Leute im Gesundheitsausschuss, die SPD-Vertreter sicherlich schwer, diese Anträge abzulehnen, weil es ja ihre eigene persönliche Überzeugung ist, dass Cannabis legalisiert werden müsste und dass sowohl die Entkriminalisierung der Konsumenten als auch die Modellprojekte sinnvoll sind. Die hätten sicher gerne zugestimmt, aber haben es eben jetzt nicht gemacht. Und auch das ist Zeichen der Umbruchssituation in der SPD und des bisher weiteren absoluten Fails der SPD, da irgendwie vorwärts zu kommen bei dem Thema. Mal sehen, ob sie noch irgendwie die Kurve kriegen. Im Moment geht es aber ja relativ straight Richtung Abgrund. Was aber auch für uns überraschend und enttäuschend ist, dass die FDP dem linken Antrag zur Entkriminalisierung der Konsumenten nicht zugestimmt hat. Obwohl das ja auch Programmatik der FDP ist. Die sind für Legalisierung von Cannabis auch im Grunde auch über die Modellprojekte hinausgehend, was sie selber da beantragt haben. Und trotzdem haben sie gegen diesen Entkriminalisierungsantrag gestimmt mit aus meiner Sicht fadenscheinigen Argumenten von wegen, dass man ja, wenn man nur entkriminalisiert, den Schwarzmarkt weiter gewähren lässt und damit eben auch die Konsumenten gefährdet und so weiter. Da sind wir uns ja alle einig. Ist ja klar, dass die Legalisierung am Ende eine vollständige Regulierung des Marktes der beste Weg ist. Aber solange der eben nicht durchsetzbar ist, kann man doch nicht sagen, wir warten jetzt noch jahrelang irgendwie auf die Legalisierung und machen jedes Jahr weitere hunderttausende Strafverfahren gegen einfache Cannabiskonsumenten. Ich weiß nicht, was die FDP da geritten hat. Mir kommt das so vor wie, wir mögen die Linken nicht. Wir wollen Linken-Anträgen nicht zustimmen und saugen uns irgendeinen Quatsch aus den Fingern, wieso wir da nicht zustimmen. So kommen wir natürlich nicht weiter an der Legalisierungsfront. Da lobe ich mir die Grünen und die Linken, die trotz aller sonstigen Differenzen an dem Punkt zusammenarbeiten, zustimmen jeweils ihren Anträgen. Die FDP ist da ausgeschert, warum auch immer. Vielleicht passiert da noch mal was. Das ist ja noch nicht ganz zu Ende, die Geschichte, weil die Abstimmung im Bundestag über die Anträge ja noch aussteht. Das Votum im Gesundheitsausschuss ist da erstmal nur ein Vorzeichen. Also es wird wahrscheinlich bei der Ablehnung bleiben. Aber wer weiß, vielleicht überlegt sich die FDP das ja noch mal und ihre komische Argumentation, die sie da bringt irgendwie, dass sie die nicht ernsthaft aufrecht erhalten kann, wenn sie sich nicht komplett lächerlich machen will. Aber wie in vielen Kommentaren jetzt schon stand, kann man jetzt nicht sagen, dass die FDP deswegen keine Legalize-Partei mehr ist und dass sie vorher nur versprochen haben, nachher nicht machen. Sie haben ja diesen Modellprojekteantrag gebracht. Der ist auch sinnvoll und relativ weitgehend und alles schick. Aber diese Ablehnung des Linken-Antrags ist halt wirklich Unsinn. Was auch noch aussteht, ist die Abstimmung über das Cannabiskontrollgesetz der Grünen. Die haben das nicht mit auf die Tagesordnung gebracht. Das steht noch aus. Genauso wie die Abstimmung über die Petition von 2017 zur vollständigen Legalisierung. Das bleibt also spannend. Rund um diese ganze Streiterei um die Nichtzustimmung der FDP. Gab es auch noch lustige Twitter-Diskussionen und Schlachten auch Richtung SPD. Die verlinke ich mal unter dem Video. Wer da mal ein bisschen gucken will, was die Politiker so twittern in dem Zusammenhang, guckt es euch mal an. Jetzt ein Blick nach Italien. Ich hatte vor kurzem schon hier erwähnt, dass der super rechte Innenminister Salvini gegen die ganzen Hanf-Shops vorgehen will. Da gibt es also viel mehr noch als bei uns diese Shops, die Nutzhanfblüten verkaufen, Cannabis-Light genannt in Italien. Und er will dagegen vorgehen, hält das alles für illegal und kriegt jetzt Unterstützung von einem Urteil des obersten Gerichts in Italien, das sagt, das ist illegal, dieser Verkauf von CBD-Produkten. Und da ist auch nicht nur von Blüten die Rede, sondern auch von Extrakten und Ölen und so weiter mit CBD. Wobei es jetzt in der Beurteilung und Interpretation unterschiedlicher Artikel gibt, also die Standard-Pressemitteilung über den Newsticker der Agenturen gleichlauten, mehr oder weniger sagt, ja, es ist jetzt verboten, es wird jetzt, sämtliche Läden werden zugemacht und so weiter. Aber es gibt auch Berichte aus Italien, die sagen, ja, okay, die können jetzt nur noch mal, der Stadt kann ja jetzt nur noch mal mehr überprüfen, ob wirklich diese Grenze eingehalten wird. In Italien muss Nutzhanf unter 0,6% THC bleiben, also eine etwas höhere Grenze als bei uns. Und ich konnte jetzt aus den verschiedenen Informationen noch nicht ganz rausfiltern, ob es jetzt wirklich nur zu verstärkten Prüfungen kommt, ob die Grenze stimmt oder ob tatsächlich alle CBD-Produkte vom Markt verschwinden werden. Wenn ihr da was mehr rausfindet dazu, schreibt in die Kommentare. Ein paar von diesen Artikeln habe ich in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall kein guter Tag für CBD-Produkte in Italien. Aber eine sehr gute Nachricht kann ich jetzt noch verkünden. Eigentlich die beste und die Nachricht dieser Sendung überhaupt. Auch wenn ihr jetzt alle wieder sagen werdet oder manche von euch, was interessiert mich Amerika? Ich will in Deutschland Legalisierung und so. Aber es ist endlich wieder soweit. Der erste große Schritt weltweit Richtung Legalisierung von Cannabis in 2019 ist getan, indem der US-Staat Illinois Cannabis legalisiert hat. Und damit kommen 12,8 Millionen Einwohner von Illinois zusätzlich in unsere Statistik zur legalisierten Weltbevölkerung, wie wir das etwas flapsig nennen. Menschen, die in Gebieten wohnen, wo die vollständige Regulierung des Cannabis-Marktes inklusive Verkauf in Fachgeschäften durchgezogen worden ist, wo der Beschluss da ist, auch wenn der jetzt noch natürlich nicht umgesetzt ist. Aber es ist eine beschlossene Sache. Und das ist natürlich einerseits gut, weil es weiter vorwärts geht. Auch wir profitieren davon, wenn internationale Legalize-Bewegung weiter voranschreitet. Aber es ist auch wichtig für die USA, weil zum ersten Mal ein parlamentarischer Beschluss für eine vollständige Legalisierung ist. Es gab schon so Ansätze in Washington DC und Vermont. Die haben aber keine Shops, sondern inklusive Eigenanbau eine weitgehende Entkriminalisierung. Man kann aber nicht da in den Laden gehen und Cannabis kaufen. Das wird in Illinois jetzt der Fall sein. Und so weitgehende Beschlüsse gab es bisher nur per Volksabstimmung in den USA. Das gibt es aber gar nicht in allen US-Staaten. Insofern wird es jetzt mal Zeit, dass auch die Parlamente da jetzt mal hinterherkommen, damit der Trend zur Legalisierung in den USA nicht stockt. Und das hat Illinois jetzt gemacht. Da sind sie Vorbereiter und werden sicherlich nicht die Letzten bleiben, die das durchziehen. Es gibt nur einen kleinen Wermutstropfen oder auch vielleicht einen großen. Der Eigenanbau ist in Illinois nicht berücksichtigt worden. Da darf man weiterhin nicht selbst anbauen, muss in den Shop gehen, wenn man sich was besorgen will. Das ist hoffentlich ein Punkt, der dann nochmal nachgebessert wird. In den meisten anderen US-Staaten, die legalisiert haben, darf man auch selbst anbauen. Noch eine gute Nachricht aus Luxemburg. Die haben ja auch in ihrem Koalitionsvertrag die Legalisierung beschlossen. Und es geht weiter an der Front. Und jetzt gibt es erste Eckpfeiler für die Legalisierung. So grob, wie das aussehen könnte. Da ist die Rede davon, dass Erwachsene dann demnächst mit 30 Gramm Cannabis rumlaufen dürfen, ohne bestraft zu werden. Jugendliche von 12 bis 17 mit 5 Gramm haben keine Strafe zu erwarten. Für den Handel sollen THC-Obergrenzen eingeführt werden. Wo die genau sein soll, ist noch zu bestimmen. Und was für uns die wichtigste Nachricht ist, und da wieder jetzt eine traurige, nur Luxemburger sollen da in den Shops einkaufen dürfen. Vermutlich auch aufgrund der Proteste der Politiker aus Deutschland und Frankreich und so weiter. Da werden also nur Luxemburger von profitieren, wie es im Moment aussieht. Und vom Zeitplan her, solche Art Eckpfeiler sollen jetzt im Herbst 2019 im Parlament festgezurrt werden. Bis dann aber das vollständige Gesetz mit allen Details fertig ist und in Kraft tritt, will man sich bis höchstens Ende 2023 Zeit lassen. Noch üble vier Jahre werden ins Land gehen, möglicherweise bis Luxemburg fertig ist. Die Mühlen mahlen langsam. Dann habe ich noch zwei Lesetipps, die ich jetzt hier nicht großartig breittreten will, aber für manche von euch vielleicht interessant sind. Das ist einerseits der europäische Drogenbericht, der jedes Jahr rausgegeben wird. Relativ umfangreiches Dokument mit allen möglichen Informationen, Konsumverbreitungen, Produktinformationen sozusagen. Wie entwickelt sich der Markt? Wer in welchen Ländern konsumiert? Wie viel? In welchem Alter? Und so weiter. Auch viel zu Cannabis mit drin. Aber auch zu anderen Drogen einige Informationen. Schaut mal da rein. Ich habe jetzt nichts gesehen, was ich jetzt unbedingt hier groß verkünden möchte. Aber ich habe mal reingeguckt. Das ist immer wieder interessant. Und was auch interessant ist, ist ein Artikel in der Deutschen Apothekerzeitung, wo endlich mal wieder das Thema Terpenprofile hochgefahren wird, sozusagen nochmal erklärt wird. Ja, es hat Auswirkungen, ob meine Cannabis-Medizin jetzt nicht nur THC oder THC und CBD beinhaltet, sondern auch die anderen Cannabinoide und Terpene, die in ihrer Gesamtheit die Wirkung von Cannabis als Medizin verändern. Und dafür brauchen wir noch viel mehr Bewusstsein. Selbst wenn THC und CBD völlig gleich gelevelt sind, können trotzdem unterschiedliche Wirkungen bei rauskommen, je nachdem, in welcher Zusammensetzung die anderen Dinge da mit drin sind. Erfahrene Cannabiskonsumenten wissen das, auch erfahrene Patienten. Aber bis sich das bei Ärzten und Krankenkassen und so weiter durchgesprochen hat, ist noch ein langer Weg. Insofern auch das lesenswert. Mit Verweis übrigens auch auf Vorrecherchen von Micha Knot und Franjo Grotenherm ist zitiert. Also auch das. Schöne Artikel. Und damit komme ich zu den Terminen. Ganz viel Ortsgruppen. Mannheim gibt es einen Infostand der Ortsgruppe am Samstag 8. Juni. In Hamburg ein Infostand der Ortsgruppe Sonntag 9. Juni. Nochmal Hamburg 11. Juni trifft sich die Ortsgruppe zur weiteren Planerei. Genauso Wuppertal treffen der Ortsgruppe Dienstag 11. Juni. Am 12. Juni trifft sich die Ortsgruppe in Dortmund. In Braunschweig gibt es eine Debatte Cannabis Medikament oder gefährlich? Donnerstag 13. Juni. In Dortmund ein Infostand der Ortsgruppe Samstag 15. Juni. Jetzt kommt ein ganz 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 anderer Termin zwischendurch, was wir selten machen. In Kanada gibt es mal wieder einen Cannabis Business Congress, World Cannabis Congress in St. John. Und ich erwähne das, weil unser Kollege Florian Rister da hinfährt, da einen Vortrag hält und der HV-Mitglieder auch auf die Ticketpreise einen Rabatt bekommen. Das haben wir diese Woche rumgeschickt. Wer da also mal reinschnuppern will in die kanadische Industrieszene sozusagen, der kann da noch hinfahren. Sonntag 16. Juni bis Dienstag 18. Juni. In Koblenz trifft sich die Ortsgruppe am Sonntag 16. Juni. Mönchengladbach trifft sich die Ortsgruppe Montag 17. Juni. Heidelberg treffen der Ortsgruppe 18. Juni. Und in Augsburg treffen der Ortsgruppe Mittwoch 19. Juni. Am 20. Juni trifft sich die Ortsgruppe in Dresden. Und dann haben wir noch die Mary Jane Hanfmesse in Berlin. Freitag 21. Juni bis Sonntag 23. Juni. Wir vom DHV werden da vertreten sein mit einem fetten Infostand, mit vielen Leuten aus dem Team hier vor Ort. Komm mal vorbei. Und damit bin ich fertig für heute. Möchte, dass noch mehr Leute diesen Kanal abonnieren, als das sowieso schon getan haben. Hoffenweise Likes für dieses Video. Aktiviert die Glocke. Hab noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017